Ja, endlich mal! Oh! 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 Was? Was? Oh! Keeper! Schön! Eeeey! Gut! Gut! Mach's alleine! Und damit hallo Fußballfreunde und willkommen zum nächsten Stadionvlog hier auf Thiele Football. Wir sind auf dem Weg nach Gelsenkirchen. Im Sturm auf der Autobahn. Schmitte ist auch mit dabei. Der isst hier gerade noch was genüsslich. Und dann geht es gleich los mit Schalke gegen Paderborn. Haben wir heute auch im Programm. Und wir sind mit dabei. Also wenn wir ankommen und wenn wir wieder wegkommen, dann wird es den Vlog auch geben. Also, wir fahren jetzt weiter. Wir sind gerade noch auf der Autobahn. Wir haben jetzt kurz nach vier. Und dann geht es gleich Richtung, oder jetzt besser gesagt Richtung Stadion. Wir mussten gerade sprinten, weil es regnet. Ja, also wir haben schon mal die Sportler nicht erledigt. Jetzt müssen die Spieler noch nachziehen. Und dann wird das heute gut. Attacke! So, hier sind wir auf Schalke. Also Wetter ist top. Hier hinten ist doch die Sonne. Also wer meckert denn da? Vor allem auf dem Autobahn war es zwar schreit, aber jetzt läuft das ein bisschen. Da hinten ist schon die wunderschöne Arena. Es ist vorbereitet für ein geiles Spiel. Schmitte, was tippst du? 2-1 Schalke. Wie war Schalke letzte Woche? Super geil. Ja, ich habe ja 1-1 getippt. Also etwas pessimistischer heute mal. Also, aber wir werden natürlich gewinnen. Ist klar. Ja. Attacke! So, da sind wir in der Rede angekommen und mit einem sehr, 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 sehr geilen Blick. Zack. Wunderschön. Wunderschön. Flutlicht ist an. Die Schalker sind schon im Stadion. Das wird was. Ein Schuss. Wunderschön. Wunderschön. Einfach schön. Das Spiel geht in der Mittagsfurt. Ja. So. Da ist die Startelf. Also es wird viel durchgewechselt. Mikhailov kriegt eine Chance. Durchaus überraschend. Hätte ich eher nie gesehen. Aber gut. Ja. Und die große Frage ist, wer spielt rechts? Shulinov oder Bülter? Ich hoffe, Shulinov und Bülter nimmt die Hotte. Der Rest ist eigentlich ganz gut. Außer halt Mikhailov. Danke. Also. Also. Ja, ich bin gespannt, was passieren wird. Attacke, Junge. Und natürlich hier eins. Ralf Färben. Jungs, komm. Lass uns von sich schreien, wenn nötig. Hier ist unser Team der FC Schalke. Null mehr. Oh. наверrunning. Hier ist jetzt das Team der FC Schalk-K lanz. Hier ist los! Musik Denn sie klagern das Meer vor dem Marschweiler und saufen Schnaps und saufen Schnaps. Die Grenze schiebt, da glaub ich einfach, warum steh ich hier, jede Nacht, anscheinend, unser Vater, der fünste Nacht. Hast schon auf und auf, Glück auf, Glück auf. Attacke! Und da wird der FC Schalke niemals untergehen. Tausend Freunde, die zusammenstehen, zusammenstehen, dann wird der FC Schalke niemals untergehen. Und da wird der FC Schalke niemals untergehen. Die Mannschaft für 60 Schalke! 0-4! Freise! Ordejan! Itakura! Julino! Terale! Bülter! Flick! Zane! Kowitski! Idrissi! Michailov! Berlus! Lohle! Lanta! Balazan! Lohle! 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 Wieringer! Lohle! Brechler! Lohle! Lohle! Vierando! Matryziari! Dramatis! Schalke, 0-4. So, Bülter, Stürmer, Stürmer auf rechts, fahre nünftig. 0-4. Komm, Junge. Komm, rein damit. Ja, komm. Ah, geh doch hoch, Junge. Schön. Komm, Junge. Komm, Junge. Komm. Gut, Junge, gut, weiter. Schön, komm. Jawohl, sehr gut. Ja, wollen wir sehen. Wir sind mal ein bisschen giftig in den Zweikämpfen heute. Komm, Junge. Ja, genau das darf dir nicht passieren, wenn du nie so kontern wolltest. Das ist schon wieder, das ist einfach schon wieder dumm. Oh, der macht das. Jawohl, Junge. Gut, sehr gut. Junge, geht noch dran, Edmund Liedgen. Mann. Oh, weiter. Ball. Gut, Junge. Geht noch. Jetzt will. Jetzt will. Jetzt will. Ja, ja. Junge. Genau so was. Mit zweimal drauf und fertig ist. Komm jetzt. Wie gegen Regensburg. Hüllt der erste Pfosten und dann Sané. Schießt ein Tor. Schießt ein Tor. Schießt ein Tor. Auf den Schalten. Schießt ein Tor. Ich schießt, komm jetzt, dass sie die Drüse schießt. Ja, direkt. Ja, mehr oben, wenn er da hingeht. Ja, komm jetzt. Ja, ja, bitte, Junge. Jawohl, 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 Junge. Ja, jawohl, 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 ein Leben lang, blau und weiß ein Leben lang, blau und weiß ein Leben lang, ein Leben lang. 0-4. 22. Spielminute. Flanke. Unter Nummer 2, Thomas. Oberbeyan. Und versinkt. Vor noch 3. Marius. Wülter. Marius. Wülter. Spielstand. Schalke. 1. Palomar. 0. Danke. Bitte. Auf. Wichtig. Komm. Schön, Junge. Oh. 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 Oh, geht da hin. schön sehr gut sehr gut Komm, Ebel! Komm! Ah! Ich kann das selber noch nicht. Easy, easy. Komm, schieß, schieß, was ist das denn? Goal, Keeper, schön, ey, 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 Junge, mach mal ruhig. Schießen oder passen, das weiß ich ja nicht. Junge, komm, Junge, jetzt war ne gute Flanke. Ja, die ist gut. Oh. Komm. Gut. So, Pause ist, ich hoffe, man hört mich. Wir führen 1-0, finde ich in Summe verdient. Schönes, gutes Pressing heute mal. Die gehen früh drauf, Einsatz stimmt. Also ist eine gute Reaktion im Vergleich zum Düsseldorf Ding. Defensiv, ja, ja, Paderborn hat schon Tempo, das war noch das Problem, aber das kriegen wir teilweise ganz gut hin. Bis auf die Chance von Just One wenig zugelassen, nach Vornaborn ist die mega vielen gute Chancen. Im Sommer war ganz gut, kann man machen. Aus dem Mittelfeld, da muss man wegkommen. Ich sehe Mikhailov, da, da würden Salazar schon helfen, Studio noch recht, finde ich sehr, sehr gut. Und Sie rot und Bülter zusammen, ist eh immer gut. Also macht einen ganz guten Eindruck. Nicht mehr, nicht weniger, aber es sieht ganz gut aus für heute. Hier ist unser Team, hier ist der FC Schalke. 0-4. Oh, bei Paderborn kommt Platte. Eck Schalker, guter Junge. Heute wird er nicht gut spielen. Ganz hier bei Paderborn geht raus, weil es ausgeführt wird, die 18. Dennis Zbini. Anschlussmarker. Oha. Potato. Hier ist er noch nicht in Ruiz. Ja. Amma, komm! Jawoll, gut, Junge, gut! Die 53. Spielminute, Doppelwechsel. Beim Team Dank an die 26. Salif. Hier braucht die Verte, die 33. Manni. Doppelwechsel und der Nächste. Dank an die 39. Jair Uslan. Michailo. Die 10. Rorio. Das war Latza, Manni. Das müssen wir noch mal korrigieren. Mit den 10, Sonne, die 8. Dani. Latza! Wanda, dran! Meine Güte. Komm! Komm! Oh! Komm! Oh! Schade, schade! Weiter! Jawoll, Preise, Junge! Gut! Jawoll! Jawoll! Das haben wir auch wieder unnötig riskant. Ja. Komm! Reiner Wind! Reiner Wind! Oh! Mann! Komm! Noch mal rechts aus! Auch gut! Boah! Komm! Spiel weiter jetzt! Ja! 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 Lass mal rein! Ja, in Lima! Oh! Oh, Bas! 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 Oh, jonge! Das hat er mal mit dir dabei! Ja! 63. Spielmitte! Karl Amixel! Leipzig! Glendin! Idrissi! Jetzt! Dizzi! Salazar! Weiß ich gar nicht, 3-4 Jawoll! Weiter! Ey! Guck mal, der Flick hat... Jawoll, Junge! Komm! 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 Jawoll, die Rolle, Junge! Besser Verteidiger! Komm! 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 Hey! Komm! Ja, oben ja noch mal! Komm! Hier! Nein! Oh! Ja, nix! Mann, was für Chance, Mann! Drauf der Linie! Kippo! Lass den doch nicht schießen, meine Güte! Ecke! Auch gut! Auch gut! Nicht gut! 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 Mach's alleine! Ja! Jawoll! Da ist es noch! Jawoll! 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 Wichtig! Wichtig! Jawoll! Jawoll! ich wundere Wunden, das die die und die اج in den Null, vier, Vorwalt, der Nummer 17, Flori, Torschütze, der Spieler mit der Nummer 7, hier gucken wir es nochmal an, unser Schöpfens-Verminik, Daco, Schulino, Daco, Schulino, Zwei, Null, Bietner, ihr seid der Meinung, das war, Wir sind ja nicht auf dem Schlagerfest, wenn wir so eine scheiße machen müssen, schrecklich, Ihr seid der Meinung, das war spitze, Junge, wir sind im Stadion, gut Junge, schön, 78. Spielmitte, Dome Wechsel, bei Kürzner, Wanker, D7, bei den Torschützungs-Vorgang, Daco, Schulino, Fien, noch im Rasen, die 51, Handy, Matriciadi, und der zweite Wechsel, danke, an unser neuer Bein, Simon, Terole, und Stürmer gegen Stürmer, jetzt auf dem Feld, die 21, Marvin, Bieringer, Kippa, gut Junge, gut! Kippa, gut Junge, gut! So jetzt, gut! Und zu schlafen! Zitron, wird sich ein bisschen eng, sonst wird es nicht hier in unserem Bereich befinden, deswegen draußen auch momentan die Klimafrechte hier drin, richtig schön trocken sitzen, wunderbar getrennt, aber alles gut, weil draußen ist echt lustig heute, bleibt noch ein bisschen hier. Machen wir, boah, gut! Schade! Jawoll, gut! Schalke 04! Ole, 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 heftig Schalke 04! Boah! Jawoll, Junge, jawoll! Gut, Junge, gut! Jawoll, locker! Schön! Schön! Komm! Komm! Drei gegen zwei! Komm! Komm, mach's alleine! Oh! Wir schießen doch gleich in den Seiten! Jawoll! Jawoll! Wichtig! Ganz wichtig! Ganz wichtig! Ganz wichtig ist Ihnen! Ganz wichtig! Ganz wichtig! ате Perf insult forces alle Dean in den听sofen! Ganz wichtig ist Ihnen bei den Titeln замечbar. Ganz wichtig ist Ihnen ein YouTuber Möglich- oder Gürgen oder 50-ビ skellen! Ganz wichtig auch in den laudeый Dude, ganz wichtig3 Erinnerungen in den letzten Jahren 셋 Therefore Ouzein heraus im Vielen Dank! Ganz wichtig! Ganz wichtig! Ich verrospe und verkalke, ich gehe immer noch auf Schalke. So, im Sturm geht es jetzt nach Hause, wir durften noch etwas länger in der Arena bleiben, zur Vorsicht. Also, Schalke hat gewonnen mit 2-0, Schmitte, was sagst du? Geil! Ja, ich hoffe man hat dich auch irgendwo gesehen, aber gehört auf jeden Fall. Also, es ist windig, aber es ist scheißegal, weil wir Schalke haben gewonnen, der Rest ist sowas von wurscht. Und es war echt, also ich bin zufrieden mit dem Spiel und vor allem mit dem Ergebnis. Das Spiel ist scheißegal, ob wir gewinnen. Und das haben wir gemacht. Eure Meinung zum Spiel, gebt mal in die Kommentare. Hashtag Juli noch Fußball kommt. Ja, jetzt geht es aber los. Und dann sehen wir uns im nächsten Stadion-Blog auf DieleFootball. Jeder gerne abonniert für mehr. Und dann sehen wir uns bald hoffentlich wieder, wenn wir zu Hause ankommen. Gut, wenn wir nicht ankommen, gibt es doch keinen Stadion-Blog. Also, macht's gut, ciao! Und bleibt dabei!